Guck mal. Gesundheit! Schau, wir sind schon angekommen. So neblig ist es mir nicht aufgefallen. Komm, wir gehen mal hier rüber. Tja, das war unsere Mini-Cruise. Hier am 1. März 2021 zur Eröffnung der Green Ferry 1. Stolbenhöft. Amerika-Hafen, da hinten. Unsichtbar, weil neblig. Hier ist auch fast die Batterie leer. Hier haben wir besser. Hier haben wir besser. Hier ist es so. Hier ist es so. so wie wichtig. So, und da hinten, kaum zu erkennen, ist der Lotse von gerade. Was ich übrigens auch gelernt habe, ist, dass das Schiff heute hier, also die Fähre, von einem Lotsen gesteuert wird. Wie auch immer. Kein Wunder bei dem Nebel. Ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir hier schon wieder in Cuxhaven angekommen sind. Das war plötzlich so schnell. So. Ach ja. So, guck, jetzt sind wir angekommen gleich. So, guck, jetzt sind wir gleich. So, angelegt. Dann packen wir unsere Sachen und gehen von Bord. So, dann gehen wir mal. Nicht zu schnell. Ein paar Minuten haben wir schließlich Zeit. So, noch mal der Blick. Cuxhaven. Cuxhaven. Allgemeines Filmen hier. Oh, wir halten den Verkehr auf. Gehen Sie mal ruhig. Nee, alles gut, alles gut. Geht das da hinten auch runter? Ja, ich vermute, ne? Da ist die Treppe. Gut, geht an beiden Seiten runter. Dann los. Das ist Fronomie. Ab die Post. Oh, Mist. Wahnsinn, das ist ja wunderbar. Sie machen jetzt Fotos. Das Gleiche hier. Du musst winken. Ich muss gar nicht winken. Ich habe keine Hand frei. Oh, guck mal, wir können aus dem Fenster gucken. Fenster. Fenster gucken. So, guck mal, das sieht auch gut aus, oder? So, guck mal. Jetzt sind wir hier. Was ist denn das hier? Weiß das jemand hier, dieses Ding? Guck, auf diesem großen Schiff waren wir. Jetzt können wir uns mal von hinten unten angucken. Untertitelung des ZDF, 2020